Es geht um eine unverbindliche Beratung zu einer Staren Zusatzabsicherung. Wenn Sie mir sagen, wie jung Sie sind, kann ich Ihnen auch gerne unverbindlich vorstellen. Ich bin 26. Und sind Sie denn gesetzlich versichert? Was heißt denn das? Gesetzlich versichert. Ob Sie gesetzlich versichert sind? Bei der AOK? Ja, ich bin bei der AOK. Ich konnte mit der Beschreibung gerade nichts anfangen. Gar kein Problem. Haben Sie denn schon Zahnersatz in irgendeiner Form, Kronenbrücke oder Implantate? Ich habe ein Implantat. Mir ist immer so ein Eckzahn ganz doof rausgebrochen. Ja, okay. Und der Rest des Zähns ist aber in einem guten Zustand, das sieht bald etwas an. Ne, ich habe jetzt heute erst einmal geputzt, aber ansonsten ist das alles toll. Da haben wir eine Party gehabt und da kam auf die glorreiche Idee, die Bierflasche mit den Zähnen aufzumachen. Das war nicht so toll. Also nicht machen. Dafür sind die Zähne dann auch nicht gemacht, oder? Naja, ich dachte mir, meine Güte. Das kriege ich mal ein Feuerzeug. Das kriege ich nicht hin. Also ich kriege das nicht hin. Ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir da die... Ist das grob oder feinmotorig? Auf jeden Fall kriege ich das nicht hin mit dem Feuerzeug. Ich brauche da wirklich einen Flaschenöffner. Ich habe mir dann auch einen Schlüsselbund gemacht, damit mir das nicht wieder passiert. Und dann habe ich einen Schlüsselbund verloren. Okay, auch du. Total doof. Und dann war das mit den Zähnen, oder? Ne, das war ja vorher. Und dann habe ich gedacht, ich lerne draus. Und weil ich das Ding dann an dem Abend so oft rausgeholt habe, ich habe ihn halt öfter mal rausgeholt. Und dann habe ich das Ding irgendwo liegen lassen. Aber im Endeffekt war der Schaden mit einem neuen Schließzylinder teurer, als wenn mir ein Zahn kaputt geht. Das war total scheiße. Entschuldigung. Das glaube ich. Aber dann ist es ja von Vorteil, dass ich anrufe. Eine Zahnzusatzabsicherung wäre doch dann nicht schlecht, falls das nochmal passiert ist. Ja, wenn ich wieder meinen Schlüssel verliere. Ich meine, man kann ja auch nicht nichts trinken. Es gibt ja momentan selten genug die Gelegenheit, mal ein bisschen Spaß zu haben. Auf jeden Fall. Da haben Sie vollkommen recht. Also ich kann es Ihnen gerne mal vorstellen, Sie haben auf jeden Fall zwei Bereiche, die man absichern kann. Nur zwei Zähne? Nein, zwei Bereiche, Herr Wintermann. Achso. Entschuldigung. Genau. Ja, gestern war auch ein bisschen länger. Ich bin noch nicht ganz wach. Okay. Gar kein Problem. Ich auch nicht. Ja, super. Haben Sie Nachtschicht gehabt? Oder noch in der Nachtschicht? Nee. Nee, nee. Ich bin beim Telefon. Ja, Nachtschicht wäre da glaube ich nicht wichtig, wenn die Leute so nachts anrufen. Also mich hat gestern um 21 Uhr einer angerufen und wollte mir irgendwas von Bitcoins erzählen. Völlig krank, die Leute. Eigentlich ist das gar nicht erlaubt. Man darf in Ruhe bis 20 Uhr anrufen. Weiß nicht, wo ist das denn geregelt? Ähm, weiß ich gar nicht, wie das heißt. Aber ich glaube, man kann das einfach gut. Jedenfalls, ich weiß... Naja, das waren E-Kriminelle, die da angerufen haben. Die juckt das sowieso nicht. Ja, das glaube ich. Kennen Sie das? Die rufen dann da an und sagen, ja, Sie haben ja ein Bitcoin-Konto bei uns und das liegt still. Und da sind so und so viele tausend Euro drauf. Ich denke, meine Güte, ich habe nie irgendwas zu tun gehabt mit euch. Wo soll plötzlich Geld herkommen? Ja, man weiß es ja eigentlich, wo man sich registriert hat. Eben, was ein Gesindel ein Elend ist. Und dann sitzen die irgendwo auf Zypern. Es gibt tatsächlich sehr viele, sehr viele, die da solche Späße sich erlauben. Ist natürlich sehr schade für diejenigen, also für uns, die sehr kompetent und sehr ehrlich am Telefon sind. Ach, haben Sie auch Bitcoin? Nein. Ach so, ich dachte gerade schon. Weil eigentlich klang das ganz interessant. Aber der Typ hat sich als, weiß nicht mehr, Manuel Schmidt oder sowas vorgestellt. Man hat aber total gehört, dass der irgendwo aus Russland kommt, von der Stimme her. Aha, okay. Als ob man das nicht merken würde. Und die Telefonnummer? Ja, angeblich aus Berlin. Ich habe die Nummer dann bei Google eingegeben. Und da stand auch schon hier, was weiß ich, bei Telefonziege auf YouTube gab es dann schon ein Video, wo er die Betrüger verarscht hat von der Nummer. Und das waren dann auch ganz schlechte Bewertungen bei Google, wenn man die Nummer eingibt. Okay, das ist natürlich sehr doof. Alte Leute können sowas halt nicht. Auf jeden Fall aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber die wissen ja auch, die Bitcoins, das sagten wir ja auch gar nichts. Und dann wissen die ja meistens auch auf. Ja, hoffentlich. Weil das scheint ja zu klappen, wenn die da bis spät abends noch tyrannisieren. Das grenzt ja schon an Gangstalking. Ja, also sowas geht gar nicht. Also wie gesagt, wir dürfen eigentlich nur bis 20 Uhr, wir arbeiten sogar auch nur bis 19 Uhr, weil es bis 20 Uhr auch ein bisschen grenzwert ist, wenn man da die Leute anzuschauen von der Arbeit haben oder sonst. Ja, absolut. Ich meine, so wichtig kann es dann auch wieder nicht sein. Und wenn es wichtig ist, dann hat man eigentlich irgendwie eine Nummer, dass man auch wirklich weiß, wie man die Leute erreicht. Genau. Wenn die Nummer denn funktioniert, die hat es bei denen ja natürlich auch nicht, wenn die da aus Moskau anrufen. Ah ja. Okay. Na klar. Na, das kann man ja alles fälschen. Entweder nur noch Usleitung, Umleitung oder sonstiges. Naja, das kann man ja ganz leicht machen. Bei uns können wir zurückrufen. Ja, vielleicht mache ich das ja auch. Gerne können Sie jederzeit. Ich gebe Ihnen auch gerne ein Telefon von meinem Vorgebetschen. Da können Sie jederzeit auch mit ihm. Nini, ich habe ja keinen Grund, mich zu beschweren. Das ist ja alles total nett bisher. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Wir wollen es aber nicht drauf anlegen, ne? Nee. Der darf aber auch nicht zu sehr auf die Kumpelschiene, sonst nimmt ihn keiner mehr ernst. Nein, ist er auch nicht. Man weiß auch, wo die Grenzen sind bei ihm. Sieht er gut aus? Genau. Das sage ich jetzt nicht. Die Gedanken sind frei. Ja. Ja, fragen darf man ja, ne? Darf man. Man darf nur nicht immer auf eine Antwort hoffen. Ich kann es jetzt abschütteln. Nein. Herr Wintermann. Oder sitzt er jetzt gerade daneben und hört zu? Dann wäre mir das natürlich peinlich. Wir sind im Homeoffice. Ich bin ganz alleine. Ach, ja stimmt. Das ist ja jetzt diese Zeit, ne? Ja. Ja, ja. Wir sind jetzt seit zwei Monaten, glaube ich, knapp zwei Monaten im Homeoffice. Ja, kann auch dauerlangweilig sein. Ja, wenn so die ganze verrückte Truppe, mit der man sonst so arbeitet, ich weiß das ja noch aus den Lockdowns, das ist dann total scheiße, ne? Ja, es hat Vor- und Nachteile, sage ich mal. Man kann im Schlafanzug arbeiten. Total toll. Unten läuft das Fußmassagegerät, daneben steht der Rotwein. Oh, toll. Das habe ich ja auch zwei Monate lang gemacht. Bei vollem Lohn vorzahlen. Ja, ist ganz angenehm. Total geil. Kann man genießen, Herr Wintermann. Ja, aber wäre schöner, wenn die Welt sich wieder normal dreht. Aber mit den ganzen Idioten da draußen dauert das wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Da haben Sie recht. Ich war neulich, war ich Schuhe kaufen, ne? Auch und alles wieder normal. Ja, da war ich Schuhe kaufen. Und da kam da auch wieder so ein Idiot ohne Maske an und diskutierte da mit den Angestellten, weil die den natürlich nicht reingelassen haben. Und fing da irgendwas an zu erzählen. Das wäre alles eine Verschwörung. Und Angela Merkel gehört zu den Echsenmenschen und hat das alles angezettelt. Ich habe ja gedacht, ich komme gleich, verstehen Sie Spaß um die Ecke. Aber der hat das total ernst gemeint. Und dann kam da so ein riesen Security-Russe um die Ecke gemettelt und hat dem auf die Schnauze gehauen, weil der handgreiflich geworden ist. Ich fand das total toll. Oh Gott. Oh Gott. Ja, der lief da rum und der hat irgendwie total den Dachschaden. Der rief immer Gangstalker, Gangstalker, verstecktes Mord- und Folterprogramm und hat immer seine Internetadresse rumgeschrien. Er würde angeblich verfolgt werden von ganz vielen Leuten. Weil ich glaube, dem will keiner zu nahe kommen. Können wir gut vorstellen, dass die den da hingebracht haben. Ja, kann sein. Wenn der da gewalttätig wird. Dann wird er nach einem Tag auch wieder auf die Welt losgelassen. Nach einem Tag? Da bist du ja gar nicht behandelt worden. Ja, man kann die ja nicht festhalten. Das ist ja alles auf freiwilliger Basis. Wie, die Forensiken sind jetzt auch schon freiwillig? Das macht ja keinen Spaß mehr. Nein, ich meine die Psychologie. Ach so. Ja, genau. Jetzt hätte ich gedacht, die hätten ihn da vielleicht reingestopft. Herr Wintermann, ich will Sie jetzt nicht unterbrechen, aber ich muss leider weiterarbeiten. Also wenn Sie an der Zahnsursatzabsicherung nicht interessiert sind, müssen wir leider das Gespräch beenden. Wir haben hier noch gar nicht drüber gesprochen. Was kostet denn der Spaß? Also wir haben, wie gesagt, zwei Bereiche. Einmal den Bereich Zahnerhalt. Da geht es um die Zahnreinigung, Füllungen, Wurzel- und Paranontosebehandlungen. Oder der zweite Bereich, da geht es dann auch schon um den Zahnersatz. Ohne, Prothesen, Implantate, alles, was Sie später mal ersetzen. Ja. Welcher Bereich würde Sie denn eher interessieren? Ja, also ich glaube, sauber machen kann ich ganz gut selber. Aber ist das denn dann so für den natürlichen Verschleiß? Oder auch wirklich, wenn da nochmal so ein Unfall passiert? Oder mir auch mal so einer auf die Schnauze haut, weil ich sage, er soll eine Maske anziehen? Also, der Zahnerhalt, da gibt es ja, David, Inlays und Onlays sind dazu 100% abgedeckt. Was für ein Ding? Da ist das, wenn man ein Stück vom Zahn mal abbricht, Inlays und Onlays heißt das. Ja, was ist das? Sonst würde ich doch nicht fragen. Wenn ein Zahn mal abbricht, Herr Wintermann, wird da eben diese Füllungen erstellt. Sozusagen, wenn Sie die Flasche mit den Zähnen aufmachen und da bricht der Zahn ab, dann brauchen Sie ein Onlays. Ach so, aber zählt das denn auch? Oder ist das so wie, ich habe ja auch eine Haftpflichtversicherung, aber da habe ich einem mal den Spiegel beim Auto abgetreten. Die haben das auch nicht bezahlt, weil die gesagt haben, das habe ich ja selber gemacht. Das machen Sie denn so? Ja, das war auch nach der Nacht. Der hat mich geärgert. Das In-Day-Onlays ist tatsächlich da mitvermichert, egal wie. Nein, das war total krass. Wir sind da nach Hause gelaufen. Wir wohnen hier im Bayerischen auf dem Dorf. Und dann sind wir da vorbeigelaufen. Dann rief, also mitten auf der Straße, dann rief irgend so ein Verrückter aus dem Fenster. Runter von meinem Grundstück, runter von meinem Grundstück. Und einer kannte den wohl und hat gerufen, Rainer, Ruhe. Und dann kam der runter und hat einen riesen Aufstand gemacht. Und ich war da fremd und musste warten, bis mein Kumpel kommt. Und dann ist der uns mit dem Auto hinterher gefahren, der Verrückte. Total irre. Also man muss sich auch nicht mit jedem anbieten. Nein, der war auch ziemlich eklig, der Kerl, muss ich sagen. Aber ich hatte mein Pfefferspray nicht dabei. Das hat er mir der Türsteher weggenommen. Wie wollen Sie einen ignorieren, der ihn mit dem Auto hinterher fährt? Und laut und schreit er wie am Spieß. Das geht schlecht. Man kann die Polizei anrufen, man weiß es nicht. Nee, die kamen dann am Ende auch. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie das ausging. War total die verrückte Nacht. Ja, ich darf da jetzt auch nicht mehr hin. Die haben gesagt, wir hätten ihn provoziert. Er sagt, Entschuldigung, dass ich nach Hause laufen wollte. Hat ihn doch keiner gezwungen, sich ins Auto zu setzen, ne? Ja, klar. Verrückte Leute gibt das. Oh ja, da haben Sie recht. Aber was kostet denn der Kram? Da sind wir jetzt irgendwie schon wieder von abgekommen. Also wir sollten öfter mal reden. Das macht total Spaß. Genau, Herr Wintermann. Also zu dem Zahnerhalt, wo das Inlay-Onlay dabei ist, dass dann eben noch die Zahnreinigung dabei, Füllungen zu 100%, 100% Knieverschiene. Was für ein Ding? Das ist die Funktionsanalyse. Die Knieverschiene. Was ist das? Das sind die Menschen, die in der Nacht mit den Zähnen knirschen, um irgendwas zu verarbeiten oder Sonstiges. Und es kann dann sein, dass man die Zähne so weit abreibt, dass der ganze Zahnschmelz dann auch weg ist und dass die Zähne kaputt gehen. Und dafür gibt es eben dann diese Schiene. Ja, leiden tatsächlich sehr viele Menschen darunter. Und das alles zusammen kostet 7,90 Euro monatlich. Nur? Ja. Ja. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Herr Wintermann, wir sind von der Ergo-Verbicherung, die kennen wir ja sicherlich, oder? Ich meine, wenn ich denen jetzt irgendwie was verkaufe, was nicht stimmt, davon haben wir ja nicht. Naja, aber irgendwo, was weiß ich, so ein Implantatding, das kostet doch ein Schweinegeld für 7 Euro im Monat. Ja, das ist ja nur der Zahnerhalt, Herr Wintermann. Ach so. Der Zahnerhalt, das ist auch mal ein anderer Bereich. Genau. Kann ich Ihnen gerne vorstellen. Und zwar sind ja 26 Jahre jung, hatten wir gesagt. Ja. Wir haben verschiedene Tarife auch beim Zahnersatz. Und zwar, wenn Sie sagen, ein Implantat, wären Sie denn Implantaten auch interessiert, das ist wahrscheinlich, oder? Ja, ist ja das Beste. Alles andere fällt einem ja immer raus beim Essen. Ja, es gibt natürlich auch Kronen, die fallen nicht. Ja, aber wenn ich unterwegs kaufe mir ja kein Bobbycar, ich kaufe mir ein Auto. Und dann will ich auch einen falschen Zahn, dann soll der auch gut sein. Kann bestimmt auch lustig werden. Ja, das macht auch Spaß. Aber ich glaube, wenn ich mich in meinem Alter da noch drauf setze, dann fehlen gleich wieder Zähne. Das muss ich ja nicht unbedingt haben. Ich meine, ich bin ja echt gerne mal für so einen Wahnsinn zu haben. Kennen Sie Roofing? Nee, das ist so eine Extremsportart. Da hat man quasi so eine GoPro-Kamera um die Brust oder am Kopf. Und dann springt man so von Häuserdach zu Häuserdach. Das ist so in den Großstädten halt, wo alles aneinander gebaut ist. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne. Echt? Okay. Ja. Können Sie mal bei YouTube gucken. Da gibt es total tolle Videos. Warum macht der das auch? Ja, also der springt überall hoch und überall runter und klettert wahnsinnig gerne. Und das hört sich gut an. Wo wohnt denn der? Vielleicht kann man da mal eine Koop machen für YouTube. Wir wohnen in Offenburg. Offenburg, Offenburg. Wo ist denn das nochmal? Bei Freiburg. Wenn Ihnen das auch sagt. Na, da gibt es ja mehrere Freiburgs. Preisgau? Genau, genau, genau. Oh, das ist ja durchaus erreichbar. Da wohnt meine Oma. Ah ja, okay, interessant. Macht er da auch Videos von? Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also so Hobby-mäßig. Ja gut, bei mich lebt er auch nicht von. Weil YouTube ist ziemlich geizig mit den Werbeeinnahmen. Als ob die nicht genug Geld hätten. Sieht ja gut aus. Ja, das stimmt. Aber es versuchen halt sehr viele damit Geld zu machen, oder? Ja, das stimmt. Na gut, ich weiß nicht, was andere machen. Sieht der Bruder denn gut aus? Ja. Ist der fit und sportlich? Auf jeden Fall. Was hat der für eine Haarfarbe? Fit und sportlich ist er auf jeden Fall. Ähm, braun? Sexy. Manchmal färbt er sich den Blond. Der färbt sich die Haare, oh toll. Ja, ja. Oh, das finde ich total toll. Er hat auch jegliche Farben, glaube ich, drin. Ähm, ja. Er versucht immer was Neues. Also ich habe zur Zeit... Äußerliches Erscheinungsbild. Oh, das ist klasse. Ich glaube, das würde mir gefallen. Ich habe zur Zeit so Fuchs-orange Haare. Aha, interessant. Ja, ich habe mir auch so einen Fuchsanzug gekauft. Und jetzt habe ich gesagt, mein nächstes Video mache ich als Fuchs. Das muss ich dann halt nachts machen. Okay. Vielleicht treffe ich dann diesen Verrückten wieder. Der glaubt dann bestimmt auch, ich verfolge ihn. Dann kommt die Polizei nochmal und sperrt sich wahrscheinlich weg. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht fällt dein Fuchskostüm ja schon unter Uniformierung. Aber ich bin ja dann keine Demo. Ich bin ja allein. Nein, wir sind ja dann zu zweit unterwegs. Wie machen wir das denn? Kriege ich seine E-Mail-Adresse oder seine Telefonnummer? Das geht leider nicht, Herr Wintermann. Oh Gott, wir müssen da doch irgendwas drehen jetzt. Ja. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Warum nicht? Das darf man am Telefon leider nicht. Was darf man am Telefon nicht? Genau. Freundschaft schließen? Also, genau. Ich bin ja hier bei der Arbeit. Ja, einmal aufschreiben, dem geben. Da soll der sich bei mir melden. Nein. Leider geht es wirklich nicht, Herr Wintermann. Tut mir leid. Oh, ich würde auch seine, wenn seine Parcourschuhe dann irgendwann nicht mehr so einsatzfähig sind, ich würde ihm die auch abkaufen. Nein. Doch. Genau. Also, zurück zur Zahnzusatzabsicherung. Wir zweifeln schon wieder komplett vom Thema ab. Ja, aber das wäre ja ein bisschen wichtiger als Zähne. Echt? Ja, oder nicht? Ich finde Zähne ganz wichtig. Ja, die sind ja auch wichtig. Aber wenn da so ein heißer Boy unterwegs ist, der auch gern klettert, dann ist das für mich irgendwie ein bisschen wichtiger. Ja, für Sie, ja. Aber ich bin ja hier bei der Arbeit. Ja, wir müssen uns jetzt irgendwo in der Mitte treffen. Das geht leider nicht, Herr Wintermann. Wie gesagt, wenn Sie kein Interesse haben, muss ich leider das Gespräch auch beenden. Also, ich habe großes Interesse. Ist er bei Facebook? Ja, da sagst du das Absicherung. Ist er bei Instagram oder bei Facebook? Nee. Ach doch, jetzt hin mir doch nichts. Er hat so ein ganz altes Handy. Ja, aber auch das kann man doch anrufen. Wir sind doch hier nicht in Nordkorea. Ich kann Ihnen jetzt auch keine Telefonnummer rausgeben, ohne meinen Bruder zu fangen. Nee, aber Ihnen meine geben? Nee, Herr Wintermann. Ach, komm. Das ist jetzt aber echt nicht cool. Ja, so ist es halt leider. Ja, aber das ist total gemein. Das tut doch keinem weh. Es sei denn, man fällt runter vom Haustach. Aber das weiß man ja vorher. Ja. Also, wie gesagt, das war ein Zusatzabficherung. Wie groß ist der denn? Wenn das Interesse besteht, können wir gerne darüber reden. Ansonsten ist es leider auch nicht mehr. Also, ich weiß jetzt ja zumindest schon mal, wo ihr wohnt. Hat er den gleichen Nachnamen? Ja. Dann kriege ich das raus. Ich bin ganz fit mit Internet und so. Ich bin crazy mal ein. Natürlich. Genau. Wie heißt der denn mit Vornamen, dass ich da nicht irgendwie total crazy rüberkomme? Das sage ich Ihnen jetzt ordentlich mehr. Das ist auch schon Gangstalking. Ich habe mich so ein bisschen verliebt. Das ist Cockblocking. Ja, so ist es. Das ist echt total fies. Voll gemein, oder? Ja. Und das auf ein... Was ist denn heute für ein Tag? Auf einen Freitag? Ja, es ist Freitag heute, ne? Ja. Oh, Mann. Ja, wie wollen wir das... Haben Sie echt am 1. Juni Geburtstag? Ja. Er auch. Das ist Schicksal. Schicksal. Los, komm. Das könnte für uns beide das Glück des Lebens sein. Gut, hier steht ja Ihre E-Mail-Adresse. Ich gebe Sie weiter. Bitte, 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 bitte. Ich back Ihnen einen Kuchen. Was mag er für Kuchen? Das müssen Sie ihn selber fragen. Oh, toll. Konversationsthema. Ist der gerne? Ja. Sehr gerne. Oh, klasse. Ich freue mich. Sehr gerne. Hat der eine Webcam? Ich glaube nicht. Er ist auch tatsächlich nicht so viel zu Hause. Ist sehr viel unterwegs. Das ist beruflich oder aus Spaß? Ich will Ihnen hier, Herr Winter, aber nicht meinen Bruder vermitteln. Doch, doch. Sondern ich kann einen Bruder vermitteln. Ja, aber ich sag mal, die Versicherung, die ist ja immer da. Aber so ein Kerl, der kann ja schnell weg sein. Von daher würde ich das jetzt schon gerne priorisieren. Ja. Priorität, Fremdwort. Ich muss jetzt echt weiterarbeiten, Herr Winter. Ich auch. Ich muss gleich mal gucken, ob ich irgendwo ein Facebook-Profil finde oder so. Genau. Ich gebe Ihre E-Mail-Adresse weiter und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Welche E-Mail-Adresse steht da denn? Ich weiß, dass das auch die richtige ist. 20 minutes to die gmail.com Ja, 20 minutes to die. Okay. Klasse. Ich freue mich total drauf. Mag er Zombies? Okay. Keine Ahnung. Habe ich ihn noch nie gefragt. Das ist noch ein Thema. Klasse. Das müssen Sie ihn alles selber fragen, Herr Wintermann. Ich schreibe mir eine Liste. Wann meldet er sich denn? Keine Ahnung. Das werden wir sehen. Ja, Vorfreude ist die schönste Freude. Genau. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Herr Wintermann. Den werde ich mir machen. Danke gleichfalls. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.